Jo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es wieder auf der Bauheber Außenstelle weiter und zwar wird hier etwas demnächst gebaut und dafür brauche ich einmal die Hilfe von insgesamt 15 weiteren Leuten. Es geht nämlich um das Roleplay Projekt, welches ich jetzt einmal anspreche. Also die Leute wurden wie in einem der letzten Videos ja schon gesagt ausgewählt und die Namen, die schreibe ich jetzt unten in die Videobeschreibung einmal, weil wenn ich die jetzt hier alle aufzähle, dann geht das Video endlos lang. Von daher, wenn ihr dabei seid, könnt ihr euch freuen. Auf jeden Fall schreibe ich euch nochmal eine E-Mail dazu bezüglich Skype-Namen und ja, wenn ihr mehr Roleplay Projekte wollt, dann lasst mal einen dicken Daumen nach oben da und schreibt es mir mal in die Kommentare, wer da Bock drauf hat, auch für LS19. So, was haben wir jetzt hier gerade vorgefunden? Und zwar haben wir jetzt einen riesigen Kran, den Tadano AR5500M. Also das ist, glaube ich, mit einer der größten Kräne der Welt vom Gewicht her. Ich glaube, der kann 550 Tonnen heben. Also den brauchen wir auf jeden Fall jetzt bald für dieses Projekt. So schaut das dann auf jeden Fall aus fürs Roleplay Projekt. Wir brauchen natürlich mehrere Fahrer. Bisher haben wir zwei Polizisten, vier Bauarbeiter, dann haben wir, glaube ich, vier LKW-Fahrer, vier für sonstige Aufgaben und ein Bauheberpraktikant. Genau. So, wir fahren einmal hier mit rückwärts. Wir müssen natürlich aufpassen, dass das hier jetzt gleich auch alles gut klappt, weil dieses Fahrzeug, also dieser Kran ist natürlich ziemlich breit. Also der hat eine richtig krasse Überbreite. Und daher müssen wir einfach schauen, dass wir jetzt hier gleich gescheit nebeneinander stehen. Warte mal, kuppeln den nochmal kurz ab und fahren den dann nochmal ein bisschen näher dran. Okay, es ist leicht schräg, aber das ist nicht schlimm. So, und im Roleplay-Projekt oder beziehungsweise, ja, dann im Multiplayer hinterher, brauchen wir natürlich bei den LKW-Fahrern zwei Profis. Ich habe mir da ein paar Leute insgesamt dann ausgesucht. Verschiedene Altersstufen, ich glaube von 13 bis 40 ist alles so dabei. Und, ähm, ja, es wird auf jeden Fall ziemlich geil, Freunde. Ach, jetzt habe ich was vergessen. Jetzt habe ich was vergessen. Stimmt. So, Moment. Kuppeln das nochmal kurz ab und fahren jetzt hiermit nach vorne. So, Polizei ist auch schon da. Das muss man natürlich jetzt gleich auch noch hier eben hinfahren. Also wir brauchen auch noch die BF-3s. Sollten uns vielleicht mal auch noch ein BF-4 machen. Ich glaube, das wäre ganz cool. So, klappen wir das hier einmal auf. Achtung, Schwertransport. Und stellen uns dann jetzt einmal hier so hin. Wegen Achtung, hier ist jetzt erstmal zu. Gut. So, das Polizeiauto nehmen wir uns auch mal kurz. Und stellen das noch etwas weiter hier so hin. Aber wir hängen leicht in der Ampel. Ja, wir dürfen jetzt hier keinen Verkehr haben. Weißt gar nicht, wo sind eigentlich die Autos? Ich glaube, jetzt fahren gerade keine Autos. Das ist auch gut. So, aber trotzdem. Das passt auch. Okay. So, dann brauchen wir noch eins für die andere Seite. Und dann nehmen wir noch das Polizeiauto da vorne. Jetzt machen wir mal hier. Okay. Viersen müsste das, glaube ich, sein. V, I, E. Gut. So, B und dann Taste U. Die meisten Mods, die ihr hier sehen könnt, kriegt ihr auch auf www.bauhof-weber.com. Slash Downloads. Also geht einfach mal auf die Seite. Dort könnt ihr euch auf jeden Fall auch einmal mit diesen schönen Fahrzeugen zudecken. So, passt das alles? Perfekt. Gut, Polizeiauto kann dann weiter hier stehen bleiben. Obwohl, wir stellen es noch ein bisschen weiter hier hin. Wenn noch keiner von dort kommt. Okay. Gut. Wir fahren dann einmal zum Händler, weil wir brauchen noch ein weiteres Fahrzeug, beziehungsweise ein weiteres Gerät. Und zwar diese feinen Dollys hier. Weil der Kran ist ein bisschen länger. Ein bisschen ist gut. Aber so können wir ihn auf jeden Fall besser transportieren. Wenn wir dann mehr Freifläche, sag ich mal, zum LKW haben. Gut. Jetzt fahren wir einmal zurück. Und schnappen wir uns hier. Genau. Perfekt. Freunde, ich wollte euch noch einmal daran erinnern. Und zwar, diesen Samstag kommt ein sehr schönes Video raus. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr euch das alle anschauen würdet. Weil, es wird cool. Und ihr kriegt natürlich auch als Gegenleistung etwas Schönes dazu. Ah, jetzt haben wir gerade wieder was vergessen. Einer von euch kriegt auf jeden Fall was richtig Cooles. Und, ähm, wenn ihr möchtet, kann ich nochmal hier ein paar raushauen. Ich habe ja hier diese schönen Baufeber Cases. Und ich glaube, das wäre schon was Feines. Ich habe davon jetzt heute schon insgesamt, glaube ich, 20 Stück versendet. Also die ganzen Stream-Packchen habe ich heute versendet. Die sind heute dann rausgegangen. Und die werden dann, denke ich mal, bei den Stream-Gewinnern spätestens, ja, Samstag, Montag ankommen. So. Genau, bei Tieflader müssen wir nochmal kurz gucken. Wir haben ja verschiedene Tieflader hier. Ich habe mich jetzt extra für die etwas breiteren Tieflader entschieden. Wir haben ja auch noch, ich zeige euch das mal kurz. Halt die Standard, dann haben wir einen Trailer-Doll XXL. Damit können wir zum Beispiel, ähm, ja, Windkraftanlagen transportieren. Dann haben wir hier für Fahrzeuge nochmal so einen zweistöckigen Tieflader. Dann haben wir hier nochmal einen Speziallader, hier einen Telemax. Und dann halt die, die ihr ja bereits kennt. Okay. So, dann fahren wir einmal rückwärts da dran. Und so können wir schon mal den Schwertransport vorbereiten. Weil allein ist das wirklich super schwer. Ich habe das eben mal ausprobiert. Also mit dem Follow-Me-Mod könnte es theoretisch klappen. Aber so wie ich das eingestellt hatte, wollte das irgendwie nicht funktionieren. Weil da ist mir dann der Bagger runtergerutscht. Und wenn der uns verunfallt, den kriegen wir nicht geborgen. Müssen wir noch einen weiteren Kran uns kaufen. Und ich glaube, das wäre ziemlich krass. So. Okay. Dann fahren wir auch einmal hier hin. Und kuppeln dann jetzt gleich schon mal an. Aber als allererstes muss natürlich der Kran noch drauf. Deswegen fahren wir einmal nach vorne. Und schnappen uns jetzt noch den zweiten LKW hier. Um dann letztendlich auch hier die restlichen, ja, Dollys anzukuppeln. So. Okay. Ich bin sehr gespannt, wie das Roleplay-Projekt wird. Also ich glaube schon, dass das ein ziemlich geiler Erfolg wird. Und wenn das gut ankommt. Ups. Warte, wir müssen jetzt da vorne ankommen. Und wenn das gut ankommt, können wir natürlich dann auch mehr Roleplay-Projekts machen. Weil im Multiplayer macht doch vieles mehr Spaß. Auch in den Streams. In den vergangenen Streams hat man ja immer super viel Spaß. Aber der nächste Stream wird dann wieder auf der Bau-über-Außenstellen-Map. Und mal gucken, wann das nächste Mal dann gestreamt wird. Das sage ich euch auf jeden Fall noch rechtzeitig. So. Okay. Fahren wir jetzt einmal wieder hierher. Und dann können wir gleich den Bagger schon mal drauf fahren. Mal gespannt. Und dieses Monster, das ist echt der Hammer. Also damit habe ich gestern mal einen Test gemacht. Aber ein bisschen was transportiert und hochgehoben. Wow. Das war echt krass. Okay. So. Dann schnappen wir uns jetzt den Bagger hier. Ach, den Bagger sage ich schon. Den Kran. Fahren dann einmal hier nah vorbei. In der Straßenlaterne ist das ein bisschen nicht so schön. Okay. Wir fahren jetzt gerade über die Holzplanken. Sollte man auch aufpassen. So. Okay. Was meint ihr denn? Wird das im Multiplayer klappen oder wird es nicht klappen? Bin mir nicht sicher, ob wir das hier irgendwie hinbekommen. Aber ich glaube... Ja. Eigentlich schon. Ich meine, ich habe ja super Leute ausgesucht. Und daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie das dann wird. So. Hier fährt er jetzt drauf. Ei, 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 ei. Warte, wir müssen nochmal neu drauf fahren. Wir brauchen ein bisschen mehr Schwung. Und ihr habt es schon gesehen, ne? Wow. Okay. Er ist jetzt bis hier vorne. Dann können wir direkt ankuppeln. Ich würde auch gerne losfahren. Aber wie bereits gesagt, Freunde, ich brauche dafür jetzt noch ein starkes Team. Unter anderem, wie viele Leute bräuchte ich? Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehn Leute. Das ist schon echt eine Hausnummer. So. Okay. Erste Ladung haben wir angeschlossen. Und jetzt kommt noch die zweite hier. Ich glaube, da fahren wir noch ein bisschen dann zurück. Wenn das dann auch passt. Okay. Ihr seht schon, ne? Das wird auf jeden Fall fett. Ja gut, Freunde. Dann schnappt wir uns noch zwei Fahrzeuge. Und dann können wir eigentlich schon auf die Mitspieler warten. Von daher, wenn ihr auch mal gerne beim Roleplay-Projekt mitmachen möchtet, kommentiert mal mit Hashtag Roleplay und ja, sehen wir was. Ob das dann in der nahen Zukunft mal klappt. Und es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, öfters dann mal so Multiplayer-Spaß mit euch dann da zu machen, ne? So. Wir holen noch eben das letzte BF-3 hier. Ich glaube, wir sollen uns wirklich hier noch ein BF-4 machen. Das ist, glaube ich, wirklich besser. So, Deutschland. Ja, dann war das hier Euro. Und schwarz. So, perfekt. Wobei ich wieder nicht weiß, wofür TET steht. Ja, ne. Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Ups, das war die falsche Taste. So, Achtung, Schwertransport. So, okay. Und dann nochmal Polizei zur Extra-Absicherung. Weil das ist schon wirklich ultra-heftig. Genau. Gestern Abend bin ich auch noch über die Autobahn gefahren, also zu einer etwas späteren Uhrzeit. Und vor mir war dann auch ein Schwertransporter. Der fuhr dann tatsächlich nur 50 kmh auf der Autobahn. Also die fuhren auch mit Warnblinklicht. Aber ich habe das nicht so ganz verstanden, weil das war jetzt nicht so ein extrem großer Schwertransporter, sondern das war mehr so, ja, ein normaler Schwertransporter. Von daher, aber das war schön auch alles am blinken. Also das war schon echt sehr interessant. Gut, Freunde. So. Fangen wir nochmal ein bisschen weiter hier hin. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr noch nicht in der BenniFamily drin seid, einfach kostenlos abonnieren drücken, um nichts mehr zu verpassen, um kein Video und kein Livestream mehr zu verpassen. Aktiviert mal die Glocke, dann kriegt ihr direkt eine Benachrichtigung aufs Handy. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao.